halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu greedfall ich möchte mich für die letzten folgen und für die letzte folge entschuldigen ich hatte die ganze zeit vergessen ich habe ein neues handy und habe das da noch nicht wirklich gerafft gehabt wie man hört sich jetzt blöd an weil einfach nur das handy auf lautlos stellen oder auf vibrieren bringt nichts irgendwie ich muss da musste da jetzt gerade den ton ganz weg machen von meinem wecker und ja hat es außerdem vergessen deswegen habt ihr wahrscheinlich immer zum ende hin so ein gehört das war meine zeit abgelaufen war ja gut ist aber egal wir sind jetzt hier im kampf und um oh wow 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 ja gut ich wollte sie nicht töten ich hoffe das haben alle gesehen aber sie hat uns ja jetzt nicht wirklich eine wahl gelassen serrasamen jetzt müssen wir natürlich nur gucken dass wir hier schnell wieder weg kommen wenn es jetzt hier keiner ans bein pissen möchte wir erstmal nach dem feuer gucken feuer 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 da ist ein feuer ich glaube ja jetzt schließe ich nicht den ganzen weg ich glaube ich nehme die gruppe so mit wie sie ist ich denke das wird erstmal gut sein ähm ich werde natürlich jetzt erstmal speichern und los geht's wir nehmen den einsamen und den anderen so 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 warum habe ich jetzt das gefühl dass es langsam zum ende hier kommt was ist das noch ein stückchen Okay, hier Dann speichere ich hier nochmal Und Nimm mal eben ein paar Ah ne, so, so, ne Hä? So, oder? Nein Mein Gott So Wie komme ich denn nochmal ins Inventar rein? Bin ich jetzt ganz Banane? Hä? Ich weiß nicht, wie ich jetzt Unscheiß, ich weiß nicht mehr, wie ich ins Inventar komme Um die Tränke zu trinken Das war ein Heiltrank, das war kacke Ach so, so war das, genau So, Rüstungssalbe Resistenztrank Man weiß ja nicht Ein Gegengift Töntlich auch direkt Ich weiß nicht, ob das was bringt Ein Ausdauertrank Ein Flinkheitstrank Und ein Stärketrank So Also wenn ich jetzt nicht gut bin, dann weiß ich jetzt auch nicht Ich glaube, das ist das Ende, ne Vom Lied Das ist Finbar Okay Ist ja praktisch, dass er wirklich eine Trone auf hat, ne Oh, Konstantin Was geht mit dir? Sieht aus, als wenn er freiwillig da wäre Hallo? Hallo? King Vinbar Why? Konstantin didn't do anything He has never sought to wrong your people in any way Like a worm he burrows You are so naive You cannot see with my eye Enol milfrichtimen saw the wound From atop the volcano He warned me of the danger Fed by bitterness Driven by desire Taking without giving He will be the end of us all You have gone completely mad Teged You are too blind Too reinexed to understand Leave him Huch Ähm Okay, das war einfach That's enough Free him I cannot Oh source of life Free him Hässlich Hässlich Das ist das Diese Statue Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, was war das denn? Ich gebe alles. Ach mein Gott, nein, 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 geh schnell weg. Jetzt wird er böse. Oh, das hier sieht aus wie ein Dämon, ey. Oh, nein, 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 komm, 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 das ist der letzte. Boah, das fies sah aus wie ein Dämon, wie ein Dämon und das war definitiv das Ding, das wir als Statue in dieser Höhle gesehen haben, oh mein Gott. Das ist doch nicht das Ende. Die Flucht aus dem steinernen Gefängnis, ich dachte das wäre das Ende. Boah, wie unheimlich das Vieh, das da so, oh, wenn er wenigstens nur die Flügel gekriegt hätte, hätte ich mir noch gedacht. Aber der Rest? 3 Tage haben wir, seitdem wir zurückgekommen. Ich muss nach dem Paläst, um zu sehen, ob Konstantin endlich aufgewacht. Ja, dann gehen wir doch mal. Sprich mit Konstantin. Ich muss nachdem, wenn du ein Dämon bist. Du musst nachdem, wenn du ein Dämon bist. Du musst nachdem, wenn du ein Dämon bist. Du musst nachdem, die Städte werden sicherlich warten. Läb... Danke, meine Frau, aber ich bin sehr gut. Du kannst mich nicht mit keinen Angst, ich versuche. für dich. Er hat gerade nach einem Todesdorf und hier ist bereit für den Weltkrieg. Ihr Freund ist exasperat. Was jetzt? Willst du mich auch sagen? Nein, nein. Ich bin nur glücklich, zu sehen, dass du noch alive bist. Ich bin sehr glücklich, selbst. Ich bin sehr glücklich. Dankeschön, Freundin. Without dich, ich würde niemals sterben, würde ich nicht? Oder ist es die vierte Mal? Wenn wir beginnen, die Zeit, die du mich verletzt hast, die Ramparts von Serene, würden wir jetzt fünfmal sind. Es ist unglaublich. Du fühlst keinen Schmerz. Und du bist komplett... Er sieht total. Er sieht total. Ich wusste, dass du alles in deinem Macht tun würdest. Ich habe immer vertraut dich. Aber Katasak hat Angst, dass ich nicht lange genug halten würde. Er sprach mit mir über ein Ritual, das würde mir helfen. Ich war erinnert. Und in spite of all das passiert, ich habe ihn nicht verletzt. Wir sind nach dem Ancient Site. Ein Ort voll von Magik. Ich habe ihn geholfen. Und all of a sudden... Was eine unglaubliche Sensation! Ich fühle mich besser als ich schon fühle. Ich bin noch ein bisschen geflasht. Er sieht ziemlich unheimlich aus. Nach dem Willen des Hochkönigsfragen, fragenshalb er nicht getötet wurde. Ihm genauer zu dem Ritual befragen, ja. Ich bin noch ein Ritual. Was ist das Ritual? Es ist, glaube ich, ein Ritual, das die Donegada practice, zu verbinden sich zu den Islanden. Donegada? Katasak hat dir die Sprache? Ein paar Worte. Er wollte mich lernen, zu verstehen, aber wir hatten so wenig Zeit. Er hat so viel Zeit. Er hat diesen infamous Ort, wo er mir vorbereitet, eine Art von Potion. Was eine Ceremonie? Ich hatte meine Hand in front von einem enormen Stein. Und da kam, eine gigantische Worte, und angefangen sich um mich herum. Es war unglaublich. Es war unglaublich. Ich fühle mich wirklich mit dem Ort. Wie eine Waffe kam durch mich, als wenn die Macht der Island war durch meine Beine. Es war wunderschön. Und jetzt bin ich Onulmanawi, wie Sie. Auch wenn die Malachur mir ein paar von ihren Marken Mhm. Ja, und nach den Beweggründen des Hochkönigs. Ok. Ein neuer Hochkönig. Gut. Habe ich denn sonst noch irgendwie... Ne. Ich habe nur diese eine Quest. Also die eine Hauptquest. Möchte hier irgendjemand mir was sagen? Nein. 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 Guten Tag, Glendan. Lleid. Die Tertomat. Die Tertomat. Karrantsef Katasakh. Wir lernten of his death. Unde Wosht Tereh. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King, Vinbar, is also dead. He was taken by Folli. He went away into the mountains after killing Katasakh and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Lloyd. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Teofredi does not justify what he did. You know that I wished to see Enon Milfrigdemon. And he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I am just as sorry as you. Unde Wurscht, Thierry. Wir werden die Erinnerung erinnern, und die von allen Mitgliedern von unserem Konseln fallen. Bladnid, Katasak, und jetzt unser High King. Das sind die Schmerzen. Aber in spite unserer Mourning, wir müssen einen neuen High King wählen. Die Kinder von Teofradi können nicht ohne eine Guide bleiben. All die mehr so in diesen Troubled Zeiten. Ich will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many, and there is also Ulan. A clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. I must ask them for information. I must ask them for the sanctum. What can you tell me about the sanctuary? It is the most sacred place of the island. The hidden face, and still seen by all of you. Enolmiel Frichtimen. I protected these doors like my father before me and his father before him. And still none of us have ever entered. Am I to gather that there has never been a High King in your family? We are heads of the Council of Kings. And so it is prohibited for us to present ourselves. We must remain impartial. I see. And so you cannot speak to me about what you find inside. The heart of the island beats near here. The volcano. And I know that it is a place full of life. Who will win the vote in your opinion? I don't know. Each of the three chiefs that I spoke of could win. It is possible that some amazing feat places one of the Mall above the others. If Bladnid had been victorious, she would certainly have won this time. But that was not to be. Is there anyone else among those presenting themselves? Do not date me for someone born last summer. You want to influence the vote for your own game. But you shall fail this time. And you must go before the one we have chosen. Can I do anything else for you? Nö, dann nicht. I must leave. Goodbye. Qua awelam seg. Dann nicht. Schade. Ich hätte gedacht, er könnte mir da noch ein bisschen... Aber er hat uns durchschaut. So, wir sollen jetzt mit allen reden. Äh... Gewirrstvertrauen von der Zeuge König Ulan. Da können wir ja erstmal anfangen. Wir sollen ja wenigstens einen. Aber... Wir können ja auch versuchen, alle drei zu bekommen. Dann ist es scheißegal, wer gewinnt. Was? Ja, ich seine ganze Zeit. Ich freue mich. Ich lass mich einmal zu Hause auf. Ich sollte gerne wissen... Ich verstehe, Herr. Was? ... Unde sei es? Sie haben uns ein lange Zeit gemacht. Aber warum haben Sie mir gekommen, um mich zu erzählen? Glendan hat mich informiert, dass Sie am meisten von denjenigen, die will, um ihn zu nehmen. Das ist wahr. Und ich werde vielleicht vielleicht beobachten. Ich verstehe, dass Sie vielleicht über meine Intentionen sind. Aber rest assured, ich will nur um Frieden zu unseren Lands. Peace brings life and prosperity. By creating an alliance with the people of the continent, the lives of our people will be improved and happier. There is something I would like to ask of you. If you were to be named High King, I would be thankful if you could allow me to meet Enon Miel Frigdemann. Of course. If I become High King, I would be glad to help you. You are Karants of Ignamri, after all. If you really want to make sure that I win, you will need to seek the crown of the High Kings. What is that? It may only be a legend, but it is said that High Kings used to wear a very ancient crown. The first Guardian would have taken it to the grave. If someone were to wear it today, they would surely be chosen. And where is the first Guardian's tomb located? Somewhere not far from here, since he fought his last battle nearby. The entrance to his burial mound is said to be guarded by a Nardaig Magamon. The part that leads to it, marked by his spears. And its entrance by a large dead tree. But beware. The Nardaig will not let you enter without a fight. Anything else? Hmm. Nothing. I must go. Now we've earned the trust of one of the Pretenders, we just need to find that crown. Are you certain you are willing to influence the fate of all my people to meet Enon Mir Frickman? I understand that you might find this idea unpleasant. But the survival of the whole continent relies on this encounter, Siora. It is my feeling that you do not understand the consequences of such a decision. Everyone on the island will listen to the words of a High King. Are you certain that you've chosen the right ally? If not, we can go and find another. What's a little menial work when compared to the fate of this whole island? You're right. It's a decision that is more important than our quest for an antidote. I must dwell on it. Also, ich muss jetzt ganz, äh... Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm... Ich möchte eigentlich nicht... Also, ich möchte gucken, dass ich, ähm... Vielleicht von den Ausgewählten auf jeden Fall meine, ähm... Unterstützung habe. Aber ich möchte nicht ins Schicksal eingreifen und jetzt irgendjemandem einen Vorteil verschaffen, sondern es eigentlich darauf ankommen lassen, was der... Was das, ähm... Was der Zufall sagt. Na... Wenn ich jetzt zum Beispiel die Krone holen würde, dann hätte Ulan den Vorteil und ich hätte ihn den verschafft. So. Aber ich möchte halt eigentlich gucken, wen würde das Spiel denn auswählen. Und wenn ich es schaffe, dass jeder mir hier wohlgetar also ist, dann habe ich ja eine Chance. Aber er war ein guter König, in times of peace. Aber er wurde in der Angst, von deinem Begriff. Er war nicht mehr auf seiner Seite. Glendan sagte mir, dass du eine der Leute zu beherrschst, um ihn zu verletzen. Das stimmt. Wenn Bladnid noch hier war, würde ich mir meine Votes geben und folgen sie in der Kampf. Aber sie ist nicht mehr mit uns. Ich muss den Titel bekommen und machen was schon lange zu tun. Drive weg die Reneikse und zurückgehen die Reneikse. Sie wollen uns weggehen, auch? Wir werden weggehen, die Reneikse. Sie sind Onolmenawi. Sie müssen sich entscheiden. Ich verstehe. Wenn du elect bist, würde ich deine Hilfe geben, würde ich deine Hilfe geben. Ich werde mich zu treffen, Enon Mil Frigdemann. Only he can help us cure the Malachor. Warum sollst du be preoccupiert mit der disease, striking die wir wollen, die wir wegnehmen wollen? Ich habe meine eigenen Reasons. Aber du sollst wissen, das ist die beste Weg für die Reneikse zu leave den Islanden auf der eigenen Accord. Du hast mir geholfen, meine Leute. Du bist unser Karantz, auch. Du kannst auf mich zu helfen. Once ich bin der High Queen, ich will dich zu der Sancturie. Du bist sicher, dass du den Titel bekommen. Those who covered Victory must do everything they can to obtain it. Don't you agree? The old kings wore a legendary crown, which was lost during the war against the people of the sea. Whoever were to retrieve it would be chosen. And you know where it is? I believe it is located in the Tomb of the Kings. A holy place not far from the village of Vignamri. I do not know exactly where it is. But it is said that the path leading there is thrown with spears. And that the entrance is marked by a dead tree. And protected by a Nadaig Magamen. Do not worry. I will find this place and retrieve the crown before the election. If I want to be certain of the outcome of this vote, I'd better go and get this crown myself. Anything more? I need to be going. Where will I miss you? Okay. Ich muss jetzt erstmal Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.